An einem Black Friday sollte es eigentlich Discountpreise geben, der Bitcoin sieht es aber anders und ist heute wieder positiv, nachdem er in den letzten Wochen und Monaten schon so stark gestiegen ist. Im heutigen Video sprechen wir nicht nur über Bitcoin, sondern auch Coinbase, denn auch die Coinbase Aktie ist heute stark gestiegen. Es gibt also wie immer meine persönliche Einschätzung, wie es hier kurz-, mittel- und langfristig weitergehen könnte. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützen würdet und dann würde ich sagen, springen wir in die Charts. Los geht's! Ich würde mich freuen, wenn ihr mich mit einem Daumen nach oben wisst. Aber auch für die positive Rückmeldung bei uns in der Discord-Gruppe und vor allem auch den netten Umgang miteinander, denn nicht jeder ist gleich fortgeschritten, was das Thema Trading angeht. Wir haben natürlich Anfänger, aber auch Trader, die schon länger dabei sind und etwas mehr Erfahrung mitbringen. Dementsprechend hat der eine etwas mehr Erfolg, ein anderer etwas weniger, aber insgesamt passt das ja eigentlich ganz gut. Die Preisziele, die wir uns setzen, werden immer wieder getroffen, auch wenn zwischendurch mal ein Trade in die Hose geht, was im Trading aber natürlich ganz normal ist, denn es gibt keinen Trader, der keine Verlusttrades macht. Wichtig ist allerdings, dass man insgesamt profitabel bleibt und genau aus diesem Grund werde ich weiter Gas geben, um euch die bestmöglichen Trading Setups zu liefern und hoffe natürlich, dass auch ihr weiterhin den Kanal genauso unterstützen werdet wie gehabt, damit wir weiter wachsen können. Sage also an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Jetzt wird es aber Zeit, sich die Charts anzugucken und deswegen springen wir auf den ersten Chart und zwar den Chart der Coinbase Aktie. Coinbase ist heute nämlich mit weiteren 6% im Plus und damit an einem sehr wichtigen Widerstand. Man erkennt es hier schon ziemlich schnell, das ist die Neckline dieses übergeordneten Bullischen Inverse Head & Shoulders Patterns. Ein Pattern, welches uns mittel- bis langfristig zu deutlich höheren Preisen führen könnte, also Preise von über 150 US-Dollar. Dafür muss die Aktie aber nachhaltig über die 116 US-Dollar drüber kommen. Was wir bei der heutigen Tageskerze sehen, ist natürlich genau das, was man auch von so einem Widerstand erwartet und zwar, dass es nicht so einfach ist, durch diesen Widerstand durchzukommen. Man muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass Coinbase von hier aus stark abverkauft wird. Möglich ist es aber natürlich immer, wenn wir uns in solchen Widerständen befinden. Darum sollte man das auch auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass Coinbase genau von hier aus eine etwas größere Korrektur starten könnte, bevor sie eventuell mit einem nächsten Anlauf nochmal auf die 116 US-Dollar zulaufen würde. Aber es muss hier nicht zu einem Rücksetzer kommen, sondern kann jetzt auch auf direktem Wege durchbrochen werden. Da müsste man dann darauf achten, dass die Aktie sich wirklich nachhaltig über diesem Support befindet, also den Support bestätigen kann. Nicht mehr unter einem Preislevel von ungefähr 108 US-Dollar fällt, dann könnten wir davon ausgehen, dass als nächstes Preisziele im Preisbereich der 150 US-Dollar angelaufen werden. Werden wir uns dann aber nochmal genauer anschauen, wenn es der Fall sein sollte, wenn wir jetzt über diese 116 US-Dollar drüber kommen sollten. Kurzfristig würde ich, wie gesagt, auf jeden Fall aufpassen. Man darf jetzt auch nicht zu gierig werden. Klar, der Ausblick, über den wir gleich noch sprechen werden bei Coinbase, ist auf jeden Fall sehr positiv. Hier kann noch einiges gehen. Wer aber in diesen Preisbereichen eingestiegen ist mit uns in der Discord-Gruppe, zum Beispiel aus dieser ersten Kaufzone im Mai 2023 aktuell 140% im Plus, von der zweiten Kaufzone von der Mitte aus gemessen aktuell 43% und von unserer letzten Kaufzone aktuell 65%. Es sind also schon sehr gute Gewinne in kurzer Zeit, darum sage ich auch immer wieder, nie zu gierig werden. Wenn wir über diesen Widerstand drüber kommen sollten und man bereits Profite genommen hat, spricht ja nichts dagegen, beim Retesten von diesem Support wieder neu einzusteigen, dann ist das Risiko einfach schon etwas geringer. Dadurch, wenn der Kurs jetzt hier drüber schießen würde und in diesem Retest etwas abkühlen würde, wäre die Wahrscheinlichkeit schon wieder größer, dass wir von hier aus nach oben bouncen. Hier genau im Widerstand zu kaufen, ist natürlich gar nicht empfehlenswert, denn wie bereits erwähnt ist die Gefahr sehr groß, dass man von so einem Widerstand aus stark abverkauft wird. Wir haben natürlich auch noch die Gefahr eines Double Tops, je nachdem wie die heutige Tageskerze schließen wird, wobei ich Stand jetzt eher davon ausgehe, dass wir nach oben ausbrechen werden, also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit davon ausgehe, dass Coinbase mit dem Aufwärtstrend fortfahren wird. Wir hatten im letzten Video zu Coinbase auch ein bärisches Szenario besprochen und zwar, was passieren würde, wenn Coinbase bereits in diesen Preisbereichen drehen würde. Dafür gab es hier auch eine ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, wurde jetzt natürlich invalidiert. Also das bärische Szenario kommt hier erstmal nicht in Frage. Was wir beobachten müssen, ist in den kommenden Tagen, ob dieser Widerstand durchbrochen wird. Wenn wir über die 116 drüber kommen, würde ich als nächstes mal 150 US-Dollar anvisieren. Jetzt mal ganz grob. Natürlich wird es wie gewohnt von mir auch kurzfristige Preisziele geben bei uns in der Discord-Gruppe, damit ihr genau wisst, wo man Profite nehmen sollte oder wo man eventuell nachkaufen könnte. Das Preisziel aus diesem großen Head-and-Shoulders-Pattern könnte in einem Preisbereich liegen, den wir gleich einmal ausmessen werden und zwar im Preisbereich der 190 US-Dollar. Ich persönlich würde hier sogar bis auf die 204 US-Dollar gehen, möglicherweise sogar 230. Das ist also mal so der langfristige Ausblick für die Coinbase-Aktie. Wenn wir nämlich jetzt über den roten Widerstand nach oben ausbrechen sollten, würde ich diese ganze Preisbewegung als eine komplettierte Bodenbildung durchgehen lassen und würde davon ausgehen, dass wir im weiteren Verlauf eben diese orangenen Preisbereiche nach und nach anlaufen werden. Auf dem Tages-RSI ist die Coinbase-Aktie jetzt natürlich ganz klar in einem überkauften Bereich. Wir sind genau in dem Bereich, wo wir zuletzt einen starken Abverkauf gesehen haben, und zwar genau dieses hoch und genau im gleichen Widerstandsbereich. Jetzt sind wir wieder auf dem gleichen RSI-Level bei knapp 82 Punkten und eben wieder in diesem Widerstandsbereich. Falls wir jetzt nach oben ausbrechen sollten, könnte es zu einem weiteren Kursanstieg kommen, bei einem fallenden RSI, was eine bärische Divergenz wäre. Ein gutes Zeichen dafür, dass es hier früher oder später zu diesem Retest kommen würde. Auf dem Wochenchart sieht es nicht ganz so schlimm aus. Klar, wir sind hier auch schon langsam in überkauften Bereichen, aber ich denke, es gibt hier auf jeden Fall noch Platz nach oben. Ein junger und deswegen auch volatiler Wert wie die Coinbase-Aktie könnte auf jeden Fall 80 Punkte erreichen. 90 wären sogar denkbar, meiner Meinung nach. Darum ist die Luft hier auf jeden Fall noch nicht komplett raus. Und in den nächsten Monaten, Jahresanfang 2024, vielleicht im ersten Quartal, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir Preise von über 200 US-Dollar sehen werden. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist der Vergleich mit dem Verlauf des Bitcoin-Preises. Das haben wir ja auch schon in der Vergangenheit gemacht und haben hier sogar damals gesagt, Coinbase hinkt auf jeden Fall Bitcoin hinterher und hat hier dementsprechend Upside-Potenzial. Das war damals dieser Chart bei uns im Discord am 7. Mai, wo es ein größeres Gap zwischen dem Bitcoin-Preis und dem Coinbase-Preis gab. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, dann sieht man eindeutig, dass das Gap immer weiter geschlossen wird. Wenn wir uns den Bitcoin-Preisverlauf anschauen, dann sehen wir, dass wir aktuell deutlich höher über das letzte Hoch gestiegen sind. Bei Coinbase wären es eventuell Preise so in Richtung 150 US-Dollar, vielleicht etwas weniger, 130 US-Dollar. Auf jeden Fall müsste es signifikant über dem letzten Hoch sein. Auf der anderen Seite zeigt uns das aber auch wieder, falls der Bitcoin-Preis jetzt fallen sollte, was wir uns ja gleich auf dem Bitcoin-Chart anschauen werden, könnte es auch bei Coinbase zu einer Korrektur führen. Darum ist es eben so wichtig, sich beide Charts zusammen anzuschauen. Coinbase ist ja eine Kryptobörse und sehr davon abhängig, wie der Kryptomarkt insgesamt performt. Denn wenn der Kryptomarkt sehr bullisch nach oben läuft, sind mehr Leute bereit, in Bitcoin und andere Kryptowährungen zu traden, als es bei fallenden Kursen der Fall ist. Klingt paradox, aber ist leider so. Die meisten wollen erst dann kaufen, wenn alles schon über 100% und mehr gestiegen ist. Am besten noch beim Allzeithoch. Ja, aber genau aus diesem Grund würde ich sagen, springen wir jetzt einmal auf den Bitcoin-Chart und schauen uns dort einmal an, wie weit der Bitcoin noch steigen könnte. Denn heute ist er ja weiterhin bullisch, beziehungsweise von wo aus der Bitcoin korrigieren könnte und wie tief diese Korrektur gehen könnte. Ihr merkt, seit dem letzten Bitcoin-Update hat sich nicht ganz so viel getan. Nachdem unser erstes bullisches Preisziel abgeholt wurde bei 37.600 US-Dollar, ist der Bitcoin weiterhin in einer Seitwärtsphase gewesen. Auf dem 4-Stunden-Chart erkennen wir hier aber weiterhin dieses bärische Pattern. Wir haben damals gesagt, von hier aus wird es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nach unten gehen zu einem Retest, um diesen alten Widerstand als Support zu bestätigen und haben sogar gesagt, dass das Ganze auch wünschenswert wäre, damit der Bitcoin nachhaltig weiter steigen kann und entsprechend sich einen Support unter den aktuellen Preisen aufbaut. Es ist hier also weiterhin das blaue Preislevel bei 32.600 US-Dollar relevant für diesen Retest. Ob es zu diesem Retest kommt oder nicht, das müssen wir weiterhin beobachten. Aktuell ist es mein Alternativ-Szenario, denn der Bitcoin zeigt sich heute wieder sehr bullisch. Wir müssen also beobachten, ob er es nicht doch schafft, aus dem Pattern nach oben auszubrechen. Das zweite technische Preisziel abzuholen bei 39.810 US-Dollar, denn dieses Muster haben wir auch schon in der Vergangenheit gesehen. Wenn wir hier nämlich zum letzten Bärenmarkt springen, und zwar zum Ende vom letzten Bärenmarkt, dann haben wir auch hier auf dem Weg nach oben ein bärisches Pattern gebildet, wo man eigentlich meinen sollte, der Bitcoin wird aus diesem Pattern nach unten ausbrechen und sollte diesen wichtigen Support noch einmal retesten. Damals waren es die 4.200 US-Dollar. Überraschende Weise ist der Bitcoin aber nach oben ausgebrochen. Dadurch, dass wir hier so lange in einer Bodenphase waren, ist das bullische Momentum bei diesem impulsiven Ausbruch so stark gewesen, dass es nicht mehr mit irgendwelchen bärischen Pattern aufzuhalten war. Aus diesem Grund mein Tipp an euch, solange wir uns in dieser Aufwärtsphase befinden, keine Short-Trades bei Bitcoin. Ich würde hier eher nach Long-Trades gucken. Ich persönlich verkaufe in diesen Preisbereichen auch nicht, da ich bei Bitcoin langfristig investiert bin. Ich will auf jeden Fall den nächsten Bullenmarkt miterleben und mit dabei sein. Ich möchte nicht einfach zuschauen, wie der Bitcoin-Preis über die 100.000 US-Dollar läuft und eben nicht mehr im Bitcoin investiert sein. Ich halte es weiterhin für extrem wahrscheinlich, dass wir beim Bitcoin früher oder später die 100.000 und mehr sehen werden. Darum bleibe ich hier einfach langfristig investiert. Solche Rücksetzer, wie hier diese Alternative der Retest von 32.600 US-Dollar, würde ich persönlich, um nachzukaufen, nutzen. Falls man hier beim Bitcoin monatlich immer wieder in kleinen Mengen nachkaufen möchte, dann wäre das zum Beispiel nochmal eine Chance, in den Bitcoin einzusteigen, bevor es hier weiter nach oben gehen wird. Die größeren Tranchen würde ich dennoch für stärkere Korrekturen aufbewahren. Hier also eher mit kleineren Beträgen reingehen. Wenn wir dann massive Abverkäufe wieder sehen sollten, so 20%, vielleicht sogar 30%, 40% Korrekturen, dann würde ich wieder mit größeren Tranchen in den Bitcoin reingehen. Denn übergeordnet befinden wir uns ja in einem Aufwärtstrend. Das haben wir auch schon im letzten Video gesagt. Und Stand heute bin ich persönlich weiterhin bullish, solange wir die 24.000 US-Dollar nicht unterschritten werden. Denn genau das ist unsere Aufwärtstrend-Linie. Seit dem letzten Bärenmarkt wurde auch im Corona-Crash gehalten. Nicht nachhaltig unter dieser Linie gefallen. Jetzt im aktuellen Bärenmarkt nochmal schön mehrmals als Support bestätigt. Spricht einfach dafür, dass diese Support-Linie sehr wichtig und sehr relevant ist. Falls wir also nochmal in die Preisbereiche Richtung 24.000 US-Dollar fallen sollten, würde ich auf jeden Fall nochmal Bitcoins nachkaufen. Bezogen auf Coinbase würde ein Ausbruch aus diesem bärischen Pattern nach unten natürlich bedeuten, dass es auch bei Coinbase eine Korrektur geben könnte. Und zwar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Sollte dieser Ausbruch zum Beispiel jetzt über das Wochenende kommen, während sich Coinbase noch im Widerstandsbereich unter 116 US-Dollar aufhält, dann wird es sehr wahrscheinlich, dass wir von diesem Widerstandsbereich, wie am Anfang erklärt, erstmal einen Rücksetzer sehen werden, bevor der zweite Anlauf kommt, wenn der Bitcoin in diesem Preisbereich wieder nach oben bouncen sollte. Sollte es allerdings erstmal nicht zu diesem Breakout nach unten kommen und der Bitcoin weiter nach oben ausbrechen über ein Preislevel von 39.000, 40.000 US-Dollar, dann wird auch Coinbase mit einer hohen Wahrscheinlichkeit den aktuellen Impuls weiter fortsetzen. Um euch vielleicht noch für den Bitcoin selbst einen mittel- bis langfristigen Ausblick in diesem Video zu geben, ich persönlich gehe ja weiterhin übergeordnet von steigenden Preisen aus, selbst wenn es hier kurzfristig zu einer Korrektur kommen sollte. Wie gesagt, die Korrektur kann in die Preisbereiche 32.600 US-Dollar gehen. Im schlimmsten Fall sehe ich hier die rund 30.000 US-Dollar. Das Handelsvolumen zeigt uns nämlich, dass genau zu diesem Preis sehr viele Bitcoins gehandelt wurden. Das sind genau die Punkte auf dem Chart, die uns einen Support geben, wenn wir sie von oben her anlaufen oder einen Widerstand, wenn wir sie von unten her anlaufen. Das bedeutet aber auch wiederum, dass die nächsten wichtigen Widerstände hier oben liegen, also ungefähr da, wo unsere Preisziele liegen, zwischen 37.900. Das erste Preisziel, was wir bereits erreicht haben, das zweite 39.800 US-Dollar und das nächste, was aktuell auch noch aktiv ist, in Richtung 45.000, 46.000 US-Dollar. Wir sehen auch hier in der Vergangenheit ein sehr wichtiger Widerstandspunkt. Im März 2022, bevor es hier zu einem massiven Crash von 63% gekommen ist. Das heißt, auch das wird definitiv ein wichtiger Widerstand sein im Preisbereich um die 47.000, 48.000 US-Dollar. Auch hier nochmal ein Hochpunkt auf dem seitlichen Volumen. Spätestens nachdem diese Preisziele erreicht wurden, gehe ich persönlich von einer stärkeren Korrektur aus und mit stärkerer Korrektur meine ich, wie bereits erwähnt, 20, 30, 40% von den 45.000 US-Dollar könnte es also durchaus nochmal in die Preisbereiche 30.000 bis 32.000 runtergehen. Das wären an dieser Stelle bereits 35% und das wären dann wieder Zeiten, wo der Bitcoin auf dem Tages-RSI wieder in einem überverkauften Bereich wäre, was historisch gesehen immer sehr gute Zeitpunkte waren, um langfristig in den Bitcoin einzusteigen. Das also mal die Lage bei Bitcoin und Coinbase aktuell. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, ob ihr auch interessiert seid an einer Altcoin-Analyse. Da könnte ich gerne mal Ethereum und vielleicht noch ein paar weitere interessante Altcoins mit reinnehmen. Bei uns im Discord traden wir natürlich noch viel mehr als nur den Bitcoin, also auch sehr viele Altcoins, die jetzt eben auch vor allem in den letzten Wochen und Monaten um teilweise über 100, 200% gestiegen sind. Zum Beispiel Solana, Chainlink, Kronos und eben wie gesagt viele weiteren. Das Ding ist nur, die Krypto-Videos in den letzten Wochen und Monaten sind nicht ganz so gut angekommen, wie die Aktien-Videos auf dem Kanal. Wenn du also interessiert bist an Krypto-Analysen, dann gib dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, damit ich weiß, dass hier Interesse da ist und nutze gerne die Kommentarfunktion, um mich auf deinen Lieblings-Coin aufmerksam zu machen. Aber für dieses Video war es das erstmal. Ich hoffe, das Update zu Bitcoin und Coinbase hat dir gefallen. Ich wünsche dir einen guten Start ins Wochenende und sage bis zum nächsten Mal. Das war es von mir. Ciao, ciao.